Gleich. Jemand findet eigentlich ihre kleine Tochter. Das ist doch Antonia. Ich verstehe das nicht. Was soll das? Und hinterlässt mysteriöse Drohungen. Antonias Puppe! Was? Und das Datum! Was hat das denn? Was soll das? 13. Liter? Oh Gott, wer macht denn so was? Das Datum? Ich weiß nicht, was das sein soll. Der Detail da bist. Verdachtsfälle Spezial. Gleich.